So meine Freunde, um 19.30 Uhr gibt es einen neuen Stream mit neuer Verteilung. Diesmal gibt es ein Methenu, ein ziemlich cooles Pokémon mit blauer Farbe, Froh-Limit-Shieldersfähigkeit, Slow-Crauders-Item und die Attacken, Steinhagelerdbeben, Akrobatik sowie Hausbruch. Kann auch ziemlich reinhauen, wenn sich's geboostet hat. Und was müsst ihr davon machen? Ab 19.00 Uhr circa werde ich euch, wenn ihr den Command rausbekommt, sagen, was ihr dafür fangen müsst. Und ja, danach, ab 19.30 Uhr geht der Last schon los und ich werde diesmal nicht battlen gegen euch, sondern ich werde mich daran setzen, die Ultra-Beasts zu fangen. Ultra-Beasts brauche ich langsam, denn das sind ziemlich gute Pokémon. Und ich will sie natürlich auch in Battles benutzen und Battle-Ready fertig machen. Und ja, darum geht's heute. Wir machen eine kleine Tour durch Alola und fangen die Ultra-Beasts. Und nebenbei bekommt ihr mal Easy-Peasy-60-Metheno mit ein bisschen Glück, wenn ihr den Command rausfinden. Denn ansonsten kann ich euch erst dann 19.30 Uhr sagen, was denn das Pokémon ist, was ihr heute dafür fangen müsst. Also dann, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal oder bis zum Stream. Und ja, haut rein. Und ciao.